Yeah, so ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's Baschkix für euch im Start mit Breaking News, denn es geht endlich in die zweite Runde. Adidas verkündet also am 2. August den Yeezy Day 2.0, sag ich jetzt mal, und droppt einige Yeezys. Was das für welche sind, erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich würde sagen, let's go! Also gestern ganz aufentspannt, dann einfach mal die Confirmed App abgecheckt und dann gleich einen erfreulichen Blick gehabt, denn es wurden genau diese Yeezys hier ausgewählt, beziehungsweise diese Yeezys wurden mir direkt angezeigt. Und das ist das Foto, was gestern auf der Adidas Confirmed App hier bei uns in Deutschland aufgetaucht ist. Hier könnt ihr sehen, dass wir 10 Yeezys an der Zahl haben, welche jetzt noch nicht dabei waren, wo ich euch ein paar Videos davor vorgestellt habe, war hier der QNTM. Der ist auf jeden Fall neu, der war bis dato noch nicht da. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich euch ja in meinem letzten Video schon gesagt habe, was für mich jetzt so ein paar Fail-Yees sind, in Anführungsstrichen, gehört unter anderem der QNTM auch dazu und das geht natürlich auch gleich an die ganzen Reseller da draußen. Falls ihr versucht, mit einem QNTM Cash zu machen, dann kann ich euch gleich sagen, das werdet ihr definitiv nicht machen, denn der Sneaker geht nicht sonderlich gut und ich würde den jetzt auch nicht unbedingt eintüten wollen. Es sei denn, ihr sagt, ey, only personal, das ist ein absolutes Must-Have. Der Sneaker sieht so krass aus, den brauche ich unbedingt, dann go for it, auf jeden Fall könnt ihr euch den dann eintüten. Dann gab es auch nochmal eine weitere Liste und zwar gab es in Amerika, ist natürlich dann auch Yeezys Day, gibt es auch eine weitere Liste, wo noch einer dazu gekommen ist. Und zwar ist das der Adidas Yeezy Slide 450 und da frage ich mich doch, warum der hier bei uns nicht gedroppt wird. Also der sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich creamy aus und ich finde den richtig nice. Richtig, richtig, richtig nice. Irgendwo war der, da ist er, da ist er gelistet und, ey Leute, guck dich den mal an, der so für den Sommer und so, ich weiß nicht, ne, kann man bestimmt mal machen. Also bin ich gespannt, was da so abgeht, weil ich ja sowieso Team Slide bin und ihr könnt euch daran erinnern, dass hier, wie heißt sie, unsere gute Kim Kardashian, damals auch schon lange, lange, lange her, diesen Sneaker uns, beziehungsweise diesen Slide vorgestellt hat, an dem Tag, wo sie uns Happy Easter gewünscht hat. Wie man sehen kann, 120 Wochen ist es her und da hat sie den bereits getragen und alle sind halt schon durchgedreht und wollten wissen, yo, was ist das für ein neuer Slide. Und ich denke, kann man machen, vielleicht sieht er auch nur irgendwie bei Frauen gut aus, also mal schauen, was da auf uns zukommt. Ist jetzt, steht jetzt erstmal auch nicht zur Debatte, weil er bei uns nicht gelistet ist, deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter, welche Yeezys hier bei uns rauskommen. Also am 2.8. soll das Ganze denn losgehen, also beziehungsweise stattfinden und zwar wird das auch noch über die Confirmed App hinauslaufen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bei etlichen Footlocker-Homepages, also nur Homepages, nicht Instores, Möglichkeiten daran teilhaben zu nehmen an einen Online-Raffle. Da sage ich euch an der Stelle schon mal, da werdet ihr nicht so viele Chancen haben, denn man weiß, die Sicherheitsvorkehrungen bei den Footlocker-Apps oder die alle schon mal auf der Footlocker-Homepage versucht haben, einen Sneaker zu ergaunern, ey, ich sage euch ganz ehrlich, da hängt ihr das Schlimmste des Todes, Warteschleife. Da sage ich euch jetzt schon, Schlimmste ever ist Footlocker-Warteschleife. Jeder, der weiß, wovon ich spreche, der haut das gleich erstmal in die Kommentare, wie viel Zeit man damals in den Footlocker-Warteschleifen verbracht hat, für Yeezys oder andere Sneaker, deswegen. Und die sind natürlich auch nicht so geschützt, das heißt, etliche Botter, etliche Leute, die botten, die, hey, die klären sich da ihre Sneaker for real, ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Die machen da gar kein großes Tam-Tam, wirklich, irgendwie haut das bei denen immerhin, die haben halt nicht so eine gute Homepage, sage ich mal, die so ein bisschen Bots ausmistelt. Deswegen stehen die Chancen da immer sehr schlecht oder wenn ihr welche bekommt halt irgendwie, dann ist das echt so meistens Zufall. Oder der Stock ist echt so groß, dass jeder auch irgendwie was bekommt. Und ich vermute es bei einigen Yeezy-Modellen, ja. Ich sage euch gleich, ich gehe stark davon aus, dass die Slides und Foamrunners sowieso auf Minimum limitiert sind und deswegen werden da auch nicht alle welche bekommen. Ganz wichtig, attenzione, attenzione. Ich werde versuchen, natürlich mit meiner Gruppe ganz viele Foamrunner zu bekommen, denn es wird definitiv ein Gewinnspiel geben. Ich versuche, etliche Slides zu bekommen und Foamrunner. Ja, an der Stelle Team Slide, ihr wisst Bescheid. Und werde dann wieder ein Gewinnspiel machen. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, bei einem späteren Video dann immer wieder ein Gewinnspiel zu machen. Wir werden immer welche wieder eintüten und die werde ich dann immer wieder verlosen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Machen wir weiter mit den Yeezy's, die gedroppt werden. Wir haben hier dann einmal den Bone am 2. August, der dann irgendwie den Start machen wird. Und ja, wir sehen ihn, ihr wisst Bescheid, Leute. 220 Euro wird uns der Kosten, 230 Euro wird uns der Kosten, Entschuldigung, nicht hier von den Dollarzeichen irritieren lassen. Und auch nicht hier jetzt vom Datum irritieren lassen. Es ist auf jeden Fall einer, der auf jeden Fall immer geht. Ich finde den Bone sowas von krass. Und muss ganz ehrlich sagen, einer mit meiner Favorites, weil er einfach so einen Clean Colorway hat. Da kann man überhaupt nichts falsch machen. Der Foamrunner, ich kann jetzt nicht ganz erkennen, welcher das ist. Wo sind die denn jetzt hier? Wo sind die Foamrunner? Where are the Foamrunners? Es ist der Carbon. Der Yeezy Foamrunner Carbon wird das denn sein. Und ja, der ist zumindest hier auch gelistet nur für August. Und den werden wir definitiv eintüten für ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn ich den bekommen sollte, wird es ein Gewinnspiel geben. Vergesst mich an der Stelle nicht zu abonnieren, damit ihr das ganze Gewinnspiel und auch kein weiteres Video verpasst. Gebt dem Video hier auch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Dankeschön. Und immer was in die Kommentare hauen. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja, dann geht es mit den 500er weiter. Leute, die 500er habe ich euch im letzten Video auch was gesagt. Für mich bin ich da jetzt so ein bisschen mehr raus. Irgendwie, was die 500er angeht. Hier haben wir den 500er. Der kommt, wie gesagt, der Bone White. Leute, das muss jeder selber für sich wissen, ob ihr den eintüten sollt oder nicht. Ich denke mal, da wird es auch Resale-mäßig nichts zu holen geben. Deswegen müsst ihr das euch gut überlegen. Dann gibt es auch noch, wenn wir hier schon gerade sind, den 700er V3. Der Copper Fade mit diesem roten Stich hier. Ich glaube, der leuchtet auch nur rot, wenn der irgendwie so ein bisschen Licht bekommt. Dann kriegt er halt so einen Glow-Effekt. So, ich glaube, das war so. Ich meine mich daran zu erinnern, dass das so war. Leute, Finger weg. Macht ihr überhaupt nichts. Plus, also den braucht ihr nicht stehen lassen. Das ist komplett Personal-Geschichte. Wirklich, glaubt mir, das ist eine komplette Personal-Geschichte. Und wenn ihr daran Bock habt, dann solltet ihr den eintüten. Ansonsten nicht. Dann, was haben wir denn noch hier auf der Liste? Den 450 haben wir hier noch drinnen. Und zwar, hier haben wir den einmal. Tja, muss auch jeder wissen. Der Stone Grey. Überhaupt nicht meine Soluette. Überhaupt nicht meine Soluette. Deswegen sage ich euch auch, Leute, mit was wollt ihr das kombinieren? Hand aufs Herz. Schreibt mir in die Kommentare, mit was ihr den 450er kombiniert, bitte. Also, ehrlich jetzt. Also, der sieht ja null gut aus. Also, ich bin ja absoluter Yeezy-Freund. Also, Fan. Aber das, Leute, diese Modelle, ey, wirklich. Ich habe echt auch schon viel mitgemacht. Aber das geht dann ein bisschen zu weit. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die abfeiert und ob ihr die euch auch kauft. Dann haben wir noch einen weiteren 700er und zwar müsste das der 700er analog sein, der gedroppt wird, wo man noch sagen muss, okay, der kommt noch ganz cool, weil der auch so ein bisschen an den Static erinnert, der eventuell auch noch kommen soll. Und deswegen finde ich den eigentlich eine gute Alternative. Sieht auch so hier mit diesem Creamy so ganz nice aus. Deswegen kann man da nichts falsch machen. Wie gesagt, an die Reseller-Community da draußen werdet ihr definitiv auch nichts an Plus machen. Wie gesagt, dann hatten wir hier noch den QNTM, wobei ich nicht ganz weiß, wie der heißt. Und Creamy oder QNTM-Creamy kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir noch die beiden Compact-Dinger. Leute, wo sind die Compact-Dinger? Die haben wir hier auch noch, die jetzt am 2. August ihren Start machen. Und zwar haben wir einmal den Carbon hier, den V2 Compact Slate Onyx. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Den Carbon, den hatte ich ja auch vorgestellt. Und ja, es ist halt diese tote Socke. Wie gesagt, kommt fürs Fitnessstudio ganz nice. Aber ich sage euch gleich, Finger weg davon. Finger weg davon, Finger weg davon, Finger weg davon. Weil man kann den echt auch wirklich ziemlich, ziemlich schwer kombinieren. Also ihr könnt den mit Jogginghose, geht ja klar. Aber ansonsten halt auch nicht. Und hier haben wir dann nochmal das Gegenstück und den Slate Carbon. Ja, den Slate Bone, sorry an der Stelle. Und die machen dann den Start auf der Confirmed App und bei anderen Retailern. Und dann haben wir noch zu guter Letzt, auch gleich für den Anfang, ein Slide mit drin. Und zwar den Bone. Also im Bone Colorway. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, da werde ich definitiv versuchen, den einzutüten. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die einzig gewinnbringenden Sneaker jetzt in Anführungsstrichen, die Slides und die Foamrunner sein werden. Weil ihr die für günstiges Geld kriegt und echt teilweise gleich am ersten Tag fürs Doppelte oder so verscherben könnt. Deswegen, schlagt zu, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich bin ja immer so ein Freund. Ihr seht, ich verkaufe die jetzt nicht. Ich mache ein Gewinnspiel. Das finde ich irgendwie cooler. Und deswegen vielleicht versuchen, die Dinger einzutüten auch mehrmals. Also für mich jetzt aus diesem Drop, aus dem ganzen Drop, der hier erscheint, werde ich, weil ich viele davon schon habe und deswegen nicht doppelt kaufen werde, nur auf Foamrunner und Slides gehen. Aus dem einfachen Grunde, weil der Bone mir noch fehlt und der einfach ziemlich, ziemlich fresh aussieht und weil ich ein Gewinnspiel machen möchte. Und ihr dann die Möglichkeit habt, wie gesagt, am Gewinnspiel daran teilzunehmen. Das bauen wir dann nochmal alles gemeinsam auf und wir gucken, es kommen ja noch etliche Drops. Auf jeden Fall ist das jetzt hier ein Update-Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr genauso Hype seid wie ich. Schreibt mir auch in die Kommentare, welche Sneaker ihr versucht einzutüten. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren und vergesst auch nicht, mein letztes Video abzuchecken, denn da habe ich euch 5 Fail Yeezys gezeigt. Da könnt ihr euch nochmal so vielleicht ein bisschen dran orientieren. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video, Leute. Stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, haut da rein, euer Baschkix. Peace.